Ich habe heute viel Arbeit erledigt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe das Buch schon dreimal gelesen. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Ich koche gern italienisches Essen. Ich koche gern italienisches Essen. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich habe heute viel zu tun. Ich habe heute viel zu tun. Ich kaufe Gemüse auf dem Markt. Ich kaufe Gemüse auf dem Markt. Der Kuchen schmeckt sehr gut. Der Kuchen schmeckt sehr gut. Ich trinke Wasser, wenn ich durstig bin. Ich trinke Wasser, wenn ich durstig bin. Das Essen ist schon fertig. Das Essen ist schon fertig. Das Haus hat einen großen Garten. Ich sitze auf dem Sofa. Ich fahre mit dem Zug. 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 Ich lerne neue Wörter. Ich lerne neue Wörter. Ich lese die Nachrichten. Die Uhr zeigt drei Uhr. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Wetter ist heute gut. Das Wetter ist heute gut. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Das Auto parkt vor dem Haus. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich höre den Regen fallen. Ich höre den Regen fallen. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläft auf dem Boden. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Der Zug kommt um zehn Uhr. Der Zug kommt um zehn Uhr. Die Blumen sind bunt. Die Blumen sind bunt. Ich trinke jeden Morgen Kaffee. Ich trinke jeden Morgen Kaffee. Der Sommer ist meine Lieblingsjöreszeit. Der Sommer ist meine Lieblingsjöreszeit. Ich mag es, in der Natur zu wandern. Ich gehe gern ins Theater. Ich lerne die Farben auf Deutsch. Ich lerne die Farben auf Deutsch. Ich gehe in den Wald. Ich lese die Zeitung am Morgen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Der Hund ist sehr freundlich. Der Hund ist sehr freundlich. Der Tisch ist gedeckt. Der Tisch ist gedeckt. Das Auto fährt schnell. Das Auto fährt schnell. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich sitze auf dem Sofa. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Ich gehe ins Bett um 10 Uhr. Ich gehe ins Bett um 10 Uhr. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Wetter ist heute gut. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Ich lese ein Buch im Bett. Ich lese ein Buch im Bett. Der Garten ist schön. Der Garten ist schön. Die Blume riecht gut. Die Blume riecht gut. Der Tisch ist rund. Der Tisch ist rund. Ich gehe ins Fitnessstudio um zu trainieren. Ich gehe ins Fitnessstudio um zu trainieren. Der Hund läuft schnell über das Feld. Der Hund läuft schnell über das Feld. Das Kind malt ein Bild mit bunten Farben. Das Kind malt ein Bild mit bunten Farben. Der Bus ist voll mit Leuten. Der Bus ist voll mit Leuten. Die Blätter der Bäume fallen im Herbst. Die Blätter der Bäume fallen im Herbst. Ich schreibe eine Karte an meinen Freund. Ich schreibe eine Karte an meinen Freund. Das Wetter ist heute sehr schön. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Ich gehe jeden Morgen joggen. Ich gehe jeden Morgen joggen. Die Straße ist heute sehr ruhig. Ich schreibe jeden Tag einen kurzen Text auf Deutsch. Ich schreibe jeden Tag einen kurzen Text auf Deutsch. Die Sonne geht im Westen unter. Ich arbeite gern im Büro. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Die Blumen duften gut. Die Blumen duften gut. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Das Auto parkt vor dem Haus. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich höre den Regen fallen. Ich höre den Regen fallen. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläf. Das Auto schlägt auf dem Boden. Die Katze schlägt auf dem Teppich. Der accompagnet inside der Ruh. Ich packe meine Tasche. Die Katze spielt mit einem Ball. Das Wasser im Fluss ist sehr klar. Ich esse jeden Morgen ein gesundes Frühstück. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich mache Sport, um fit zu bleiben. Ich mache Sport, um fit zu bleiben. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Die Blume in der Vase ist schön. Ich gehe gerne in den Wald spazieren. Ich gehe gerne in den Wald spazieren. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Ich lese jeden Abend vor dem Schlafen gehen. Ich schreibe eine E-Mail an meinen Lehrer. Ich schreibe eine E-Mail an meinen Lehrer. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Der Schnee bedeckt die Straßen. Der Schnee bedeckt die Straßen. Das Auto parkt vor dem Haus. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich gehe früh zur Arbeit. Ich gehe früh zur Arbeit. Ich höre den Regen fallen. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek. Der Hund schläft auf dem Boden. Ich sehe fern im Wohnzimmer. Ich sehe fern im Wohnzimmer. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Ich packe meine Tasche. Ich packe meine Tasche. Der Zug kommt um 10 Uhr. Der Zug kommt um 10 Uhr. Die Uhr tickt leise. Die Uhr tickt leise. Die Blumen sind bunt. Die Blumen sind bunt. Das Wasser im See ist klar. Das Wasser im See ist klar. Ich gehe in den Wald. Ich gehe in den Wald. Ich höre das Meer rauschen. Ich höre das Meer rauschen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Die Katze frisst Futter. Der Hund ist sehr freundlich. Der Hund ist sehr freundlich. Der Baum ist hoch. Der Tisch ist gedeckt. Der Tisch ist gedeckt. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. Ich schreibe einen Brief an meine Freundin. Ich schreibe einen Brief an meine Freundin. Das Auto fährt schnell. Das Auto fährt schnell. Ich gehe langsam durch den Park. Ich gehe langsam durch den Park. Die Uhr hängt an der Wand. Die Uhr hängt an der Wand. Ich sitze auf dem Sofa und lese. Ich sitze auf dem Sofa und lese. Das Auto hat vier Türen. Der Apfelbaum trägt viele Früchte. Der Apfelbaum trägt viele Früchte. Die Pflanze braucht Wasser. Die Pflanze braucht Wasser. Das Haus hat viele Fenster. Ich schreibe einen kurzen Text. Ich schreibe einen kurzen Text. Das Fenster ist sauber. Das Fenster ist sauber. Ich koche heute Abend. Ich koche heute Abend. Das Brot ist frisch gebacken. Das Brot ist frisch gebacken. Ich gehe früh schlafen. Ich gehe früh schlafen. Der Wald ist grün und dicht. Das Bild ist schön gemalt. Das Bild ist schön gemalt. Das Zimmer ist sehr klein. Das Zimmer ist sehr klein. Ich habe viele Freunde. Ich habe viele Freunde. Der Baum hat viele Äste. Ich trage einen warmen Mantel. Ich trage einen warmen Mantel. Ich genieße das schöne Wetter. Die Zeitung liegt auf dem Tisch. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich sehe die Sterne am Himmel. Der Baum steht im Garten. Der Baum steht im Garten. Ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier. Ich habe eine neue Uhr. Ich habe eine neue Uhr. Der See ist sehr tief. Der See ist sehr tief. Ich kaufe frisches Brot. Ich kaufe frisches Brot. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Das Haus hat drei Etagen. Das Haus hat drei Etagen. Das Haus hat drei Etagen. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Die Straße ist breit. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich koche gern italienisches Essen. Ich koche gern italienisches Essen. Das ist mein Haus. Das Bett ist bequem. Das Bett ist bequem. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Die Katze ist süß. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Die Katze ist süß. Die Katze ist süß. Der Apfel ist grün. Der Apfel ist grün. Das Bett ist bequem. Das Bett ist bequem. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich trinke Orangensaft. Ich trinke Orangensaft. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe das Auto vor dem Haus geparkt. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Die Stadt, in der ich lebe, ist sehr ruhig. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Ich plane bald einen neuen Job zu suchen. Das Flugzeug ist pünktlich gelandet. Das Flugzeug ist pünktlich gelandet. Das Hotel war sehr komfortabel. Ich finde es schwer, früh aufzustehen. Ich finde es schwer, früh aufzustehen. Die Stadt ist viel größer, als ich dachte. Ich möchte gerne mehr Zeit für meine Hobbys haben. Es regnet seit Stunden. Es regnet seit Stunden. Hallo, wie geht es dir? Ich heiße Joanna. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich spreche ein wenig Deutsch. Ich hätte gerne einen Kaffee. Entschuldigung, wo ist die Toilette? Entschuldigung, wo ist die Toilette? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Dankeschön! Dankeschön! Was machst du heute? Was machst du heute? Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Was essen wir zum Abendessen? Was essen wir zum Abendessen? Ich mag dieses Buch sehr! Ich mag dieses Buch sehr! Ist das dein Hund? Heute ist ein schöner Tag! Heute ist ein schöner Tag! Heute ist ein schöner Tag! Ich freue mich auf das Wochenende! Ich freue mich auf das Wochenende! Wie lange bleibst du hier? Wie lange bleibst du hier? Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt! Ich fühle mich heute sehr müde! Ich fühle mich heute sehr müde! Der Zug hat Verspätung! Der Zug hat Verspätung! Das Wasser im Pool war eiskalt! Ich kaufe frisches Brot! Ich kaufe frisches Brot! Ich habe eine neue Uhr! Ich habe eine neue Uhr! Ich spiele Klavier! Ich spiele Klavier! Ich gehe jeden Tag spazieren! Ich gehe jeden Tag spazieren! Der See ist sehr tief! Der See ist sehr tief! Ich sehe die Sterne am Himmel! Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich genieße das schöne Wetter. Ich habe heute Morgen lange geschlafen. Ich habe heute Morgen lange geschlafen. Es ist wichtig, genug Wasser zu trinken. Das Treffen wurde auf nächste Woche verschoben. Das Treffen wurde auf nächste Woche verschoben. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. 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 Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich bin sehr stolz aufário. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Der Berg ist hoch. Ich mag es, im Regen zu spazieren. Der Winter ist kalt. Die Kinder spielen im Schnee. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Ich gehe jeden Tag joggen. Das Meer ist ruhig. Das Meer ist ruhig. Ich mag es, Bücher zu lesen. Ich mag es, Bücher zu lesen. Der Wald ist grün. Der Tag war lang. Der Tee ist zu süß. Der Tee ist zu süß. Ich gehe ins Bett früh schlafen. Ich gehe ins Bett früh schlafen. Die Straßen sind leer. Die Straßen sind leer. Der Sommer ist heiß. Der Sommer ist heiß. Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. Ich mache jeden Morgen Yoga. Ich mache jeden Morgen Yoga. Ich habe ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe ein neues Fahrrad gekauft. Der Schnee ist weiß. Der Schnee ist weiß. Der Himmel ist voller Sterne. Der Himmel ist voller Sterne. Ich gehe zu Fuß zur Arbeit. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Ich habe das Fenster geschlossen. Ich habe die Pflanzen gegossen. Ich habe die Pflanzen gegossen. Ich habe die Pflanzen gegossen. Ich habe ein Bild gemalt. Ich habe ein Bild gemalt. Ich habe ein Bild gemalt. Der Computer ist kaputt. Der Computer ist kaputt. Der Hund bellt laut. Ich gehe in den Park spazieren. Ich gehe ins Bett. Ich habe heute viel gelernt. Ich koche das Abendessen. Ich koche das Abendessen. Ich mag dein Lächeln. Ich habe eine neue Tasche gekauft. Es gibt viele Bäume im Park. Der Zug ist pünktlich. Ich werde bald nach Hause gehen. Ich werde bald nach Hause gehen. Die Katze schläft auf dem Sofa. Der Kaffee ist heiß. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe eine Überraschung für dich. Die Blume duftet gut. Die Blume duftet gut. Ich nehme ein Bad. Ich nehme ein Bad. Das Essen ist fertig. Das Essen ist fertig. Ich schreibe einen Brief. Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? Ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause. Haben Sie eine Allergie? Haben Sie eine Allergie? Wie war dein Urlaub? Wie war dein Urlaub? Ich muss zur Arbeit gehen. Ich muss zur Arbeit gehen. Was möchtest du trinken? Was möchtest du trinken? Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Können wir uns morgen treffen? Können wir uns morgen treffen? Wie heißt dieser Film? Wie heißt dieser Film? Was machen wir heute Abend? Was machen wir heute Abend? Ich habe einen Termin beim Arzt. Wie lange dauert der Film? Wie lange dauert der Film? Ich koche Abendessen für meine Familie. Ich koche Abendessen für meine Familie. Ich gehe ins Bett um 10 Uhr. Ich lese ein Buch im Bett. Ich lese ein Buch im Bett. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich gehe zur Bushaltestelle. Ich gehe zur Bushaltestelle. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Der Garten ist schön. Der Garten ist schön. Das Wetter ist heute gut. Das Wetter ist heute gut. Die Blume riecht gut. Die Blume riecht gut. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Der Tisch ist rund. Der Tisch ist rund. Die Stadt ist groß. Die Stadt ist groß. Ich lese ein Märchen. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich lerne neue Wörter. Ich lerne neue Wörter. Ich sitze auf dem Sofa. Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug. die Uhr zeigt drei Uhr. Die Uhr zeigt drei Uhr. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Der Tisch ist aus Holz. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist breit. Die Straße ist leer. Die Bäume sind hoch. Die Blumen duften gut. Die Blumen duften gut. Ich trinke heißen Tee. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Ich esse Frühstück. Ich esse Frühstück. Ich gehe in den Park. Ich gehe in den Park. Ich arbeite im Büro. Ich arbeite im Büro. Das Bett ist weich. Das Bett ist weich. Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit dem Auto. Ich gehe in den Park. Ich gehe nach Hause. Ich gehe in den Park. Ich gehe nach Hause. Die Katze ist schwarz. Die Katze ist schwarz. Ich sitze auf dem Stuhl. Ich schreibe auf das Papier. Der Raum ist leer. Ich gehe ins Geschäft. Ich habe den Brief geschrieben. Der Fluss ist breit. Der Fluss ist breit. Ich habe den Teppich gesaugt. Das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Er arbeitet als Lehrer. Er arbeitet als Lehrer. Das Wetter ist schön. Das Wetter ist schön. Das Haus ist groß. Das Haus ist groß. Ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Schule. Der Hund ist klein. Der Hund ist klein. Ich habe ein Fahrrad. Ich habe ein Fahrrad. Das Wasser ist kalt. Das Wasser ist kalt. Die Blume ist schön. Die Blume ist schön. Die Katze schläft. Die Katze schläft. Die Katze schläft. Die Katze Schlammcraß ist eng. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Das Buch ist langweilig. Das Buch ist langweilig. Der Fisch schwimmt im Wasser. Der Schnee fällt leise. Die Uhr ist stehen geblieben. Der Kuchen ist fertig. Ich habe den Boden gefegt. Ich habe den Boden gefegt. Der Baum ist grün. Ich habe den Staubsauger benutzt. Der Zug fährt pünktlich ab. Ich habe das Bett gemacht. Ich habe das Bett gemacht. Der Tisch ist sauber. Der Tisch ist sauber. Die Uhr zeigt die richtige Zeit. Ich habe das Fenster aufgemacht, weil es heiß war. Ich habe das Fenster aufgemacht, weil es heiß war. Ich habe heute viel Arbeit erledigt. Ich habe heute viel Arbeit erledigt. Ich habe die Dokumente auf den Schreibtisch gelegt. Ich habe das Buch schon dreimal gelesen. Ich habe das Buch schon dreimal gelesen. Ich habe das Buch schon dreimal gelesen. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Die Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten. Ich gehe in die Stadt. Ich koche gern italienisches Essen. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich habe heute viel zu tun. Ich kaufe Gemüse auf dem Markt. Ich kaufe Gemüse auf dem Markt. Der Kuchen schmeckt sehr gut. Der Kuchen schmeckt sehr gut. Ich trinke Wasser, wenn ich durstig bin. Ich trinke Wasser, wenn ich durstig bin. Das Essen ist schon fertig. Das Essen ist schon fertig. Das Haus hat einen großen Garten. Das Haus hat einen großen Garten. Ich sitze auf dem Sofa. Ich sitze auf dem Sofa. Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug. Ich lerne neue Wörter. Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Die Uhr zeigt drei Uhr. Die Uhr zeigt drei Uhr. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Wetter ist heute gut. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Das Auto parkt vor dem Haus. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich höre den Regen fallen. Ich höre den Regen fallen. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläft auf dem Boden. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Der Zug kommt um zehn Uhr. Der Zug kommt um zehn Uhr. Die Blumen sind bunt. Die Blumen sind bunt. Ich trinke jeden Morgen Kaffee. Ich trinke jeden Morgen Kaffee. Der Sommer ist meine Lieblingsjöreszeit. Der Sommer ist meine Lieblingsjöreszeit. Ich mag es, in der Natur zu wandern. Ich mag es, in der Natur zu wandern. Ich gehe gern ins Theater. Ich lerne die Farben auf Deutsch. Ich lerne die Farben auf Deutsch. Ich gehe in den Wald. Ich lese die Zeitung am Morgen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Der Hund ist sehr freundlich. Der Hund ist sehr freundlich. Der Tisch ist gedeckt. Der Tisch ist gedeckt. Das Auto fährt schnell. Das Auto fährt schnell. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich sitze auf dem Sofa. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Ich gehe ins Bett um 10 Uhr. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Das Zimmer ist dunkel. Das Zimmer ist dunkel. Das Wetter ist heute gut. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Die Stadt ist groß. Die Stadt ist groß. Ich lese ein Buch im Bett. Ich lese ein Buch im Bett. Der Garten ist schön. Der Garten ist schön. Die Blume riecht gut. Die Blume riecht gut. Der Tisch ist rund. Der Tisch ist rund. Ich gehe ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Ich gehe ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Der Hund läuft schnell über das Feld. Der Hund läuft schnell über das Feld. Das Kind malt ein Bild mit bunten Farben. Das Kind malt ein Bild mit bunten Farben. Der Bus ist voll mit Leuten. Der Bus ist voll mit Leuten. Die Blätter der Bäume fallen im Herbst. Die Blätter der Bäume fallen im Herbst. Ich schreibe eine Karte an meinen Freund. Ich schreibe eine Karte an meinen Freund. Ich schreibe eine Karte an meinen Freund. Das Wetter ist heute sehr schön. Das Wetter ist heute sehr schön. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Ich gehe jeden Morgen joggen. Ich gehe jeden Morgen joggen. Die Straße ist heute sehr ruhig. Die Straße ist heute sehr ruhig. Ich schreibe jeden Tag einen kurzen Text auf Deutsch. Ich schreibe jeden Tag einen kurzen Text auf Deutsch. Die Sonne geht im Westen unter. Ich arbeite gern im Büro. Ich arbeite gern im Büro. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist leer. Die Straße ist leer. Die Blumen duften gut. Die Blumen duften gut. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Das Auto parkt vor dem Haus. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich höre den Regen fallen. Ich höre den Regen fallen. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläft auf dem Boden. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze schläft auf dem Teppich. Ich packe meine Tasche. Ich packe meine Tasche. Die Katze spielt mit einem Ball. Das Wasser im Fluss ist sehr klar. Ich esse jeden Morgen ein gesundes Frühstück. Ich esse jeden Morgen ein gesundes Frühstück. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ich mache Sport, um fit zu bleiben. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Der Schnee bedeckt die Dächer der Häuser. Die Blume in der Vase ist schön. Ich gehe gerne in den Wald spazieren. Ich gehe gerne in den Wald spazieren. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Das Wasser im Schwimmbad ist warm. Ich lese jeden Abend vor dem Schlafengehen. Ich lese jeden Abend vor dem Schlafengehen. Ich schreibe eine E-Mail an meinen Lehrer. Ich schreibe eine E-Mail an meinen Lehrer. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Ich mache einen Spaziergang am Strand. Der Schnee bedeckt die Straßen. Der Schnee bedeckt die Straßen. Das Auto parkt vor dem Haus. Das Auto parkt vor dem Haus. Ich gehe früh zur Arbeit. Ich höre den Regen fallen. Ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek. Der Hund schläft auf dem Boden. Der Hund schläft auf dem Boden. Ich sehe fern im Wohnzimmer. Ich sehe fern im Wohnzimmer. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze schläft auf dem Teppich. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Die Katze sitzt auf dem Stuhl. Ich packe meine Tasche. Ich packe meine Tasche. Der Zug kommt um 10 Uhr. Der Zug kommt um 10 Uhr. Die Uhr tickt leise. Die Blumen sind bunt. Die Blumen sind bunt. Das Wasser im See ist klar. Das Wasser im See ist klar. Ich gehe in den Wald. Ich gehe in den Wald. Ich höre das Meer rauschen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Ich lese die Zeitung am Morgen. Die Katze frisst Futter. Die Katze frisst Futter. Der Hund ist sehr freundlich. Der Hund ist sehr freundlich. Der Baum ist hoch. Der Tisch ist gedeckt. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. Ich schreibe einen Brief an meine Freundin. Ich schreibe einen Brief an meine Freundin. Das Auto fährt schnell. Das Auto fährt schnell. Ich gehe langsam durch den Park. Ich gehe langsam durch den Park. Die Uhr hängt an der Wand. Die Uhr hängt an der Wand. Ich sitze auf dem Sofa und lese. Ich sitze auf dem Sofa und lese. Das Auto hat vier Türen. Der Apfelbaum trägt viele Früchte. Der Apfelbaum trägt viele Früchte. Die Pflanze braucht Wasser. Die Pflanze braucht Wasser. Das Haus hat viele Fenster. Ich schreibe einen kurzen Text. Ich schreibe einen kurzen Text. Das Fenster ist sauber. Das Fenster ist sauber. Ich koche heute Abend. Ich koche heute Abend. Das Brot ist frisch gebacken. Das Brot ist frisch gebacken. Ich gehe früh schlafen. Ich gehe früh schlafen. Der Wald ist grün und dicht. Das Bild ist schön gemalt. Das Bild ist schön gemalt. Das Zimmer ist sehr klein. Das Zimmer ist sehr klein. Ich habe viele Freunde. Ich habe viele Freunde. Der Baum hat viele Äste. Ich trage einen warmen Mantel. Ich trage einen warmen Mantel. Ich genieße das schöne Wetter. Die Zeitung liegt auf dem Tisch. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich sehe die Sterne am Himmel. Der Baum steht im Garten. Der Baum steht im Garten. Ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier. Ich habe eine neue Uhr. Ich habe eine neue Uhr. Der See ist sehr tief. Der See ist sehr tief. Ich kaufe frisches Brot. Ich kaufe frisches Brot. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. Das Haus hat drei Etagen. Das Haus hat drei Etagen. Das Buch hat viele Seiten. Das Buch hat viele Seiten. ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Die Straße ist breit. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich koche gern italienisches Essen. Ich koche gern italienisches Essen. Das ist mein Haus. Das Bett ist bequem. Das Bett ist bequem. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Die Katze ist süß. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Die Katze ist süß. Die Katze ist süß. Der Apfel ist grün. Der Apfel ist grün. Das Bett ist bequem. Das Bett ist bequem. Das Baby schläft. Das Baby schläft. Ich trinke Orangensaft. Ich trinke Orangensaft. Ich trinke Orangensaft. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe das Auto vor dem Haus geparkt. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Ich interessiere mich für deutsche Geschichte. Die Stadt, in der ich lebe, ist sehr ruhig. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe den ganzen Tag am Strand verbracht. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Ich habe einen kleinen Tag серken. Ich ahne, bald einen neuen Job zu suchen. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Ich plane, bald einen neuen Job zu suchen. Das Hotel war sehr komfortabel. Ich finde es schwer, früh aufzustehen. Die Stadt ist viel größer, als ich dachte. Die Stadt ist viel größer, als ich dachte. Ich möchte gerne mehr Zeit für meine Hobbys haben. Es regnet seit Stunden. Es regnet seit Stunden. Hallo, wie geht es dir? Hallo, wie geht es dir? Ich heiße Joanna. Ich heiße Joanna. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich spreche ein wenig Deutsch. Ich spreche ein wenig Deutsch. Ich hätte gerne einen Kaffee. Entschuldigung, wo ist die Toilette? Entschuldigung, wo ist die Toilette? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Dankeschön. Was machst du heute? Was machst du heute? Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Was essen wir zum Abendessen? Was essen wir zum Abendessen? Ich mag dieses Buch sehr. Ich mag dieses Buch sehr. Ist das dein Hund? Heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein schöner Tag. Ich möchte eine Reservierung machen. Ich freue mich auf das Wochenende. Ich freue mich auf das Wochenende. Wie lange bleibst du hier? Wie lange bleibst du hier? Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich fühle mich heute sehr müde. Ich fühle mich heute sehr müde. Der Zug hat Verspätung. Der Zug hat Verspätung. Das Wasser im Pool war eiskalt. Das Wasser im Pool war eiskalt. Ich kaufe frisches Brot. Ich kaufe frisches Brot. Ich habe eine neue Uhr. Ich habe eine neue Uhr. Ich spiele Klavier. Ich spiele Klavier. Ich gehe jeden Tag spazieren. Der See ist sehr tief. Der See ist sehr tief. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich sehe die Sterne am Himmel. Ich genieße das schöne Wetter. Ich habe heute Morgen lange geschlafen. Ich habe heute Morgen lange geschlafen. Ich gehe dann mit dem Hecht. Ich möchte ganz kurz pateln. Es ist wichtig, genug Wasser zu trinken. Es ist wichtig, genug Wasser zu trinken. Ich spreche die Rah GEßungen um surprised am langen Wochen балiven beast. Das Treffen wurde auf nächste Woche verschoben. Das Treffen wurde auf nächste Woche verschoben. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. Ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe mein Passwort vergessen. Das Buch, das ich lese, ist sehr spannend. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Ich möchte im nächsten Jahr eine neue Sprache lernen. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Wir fahren im Sommer in den Urlaub. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Ich habe beschlossen, gesünder zu essen. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Die Wohnung ist groß genug für uns alle. Der Berg ist hoch. Der Berg ist hoch. Ich mag es, im Regen zu spazieren. Der Winter ist kalt. Der Winter ist kalt. Die Kinder spielen im Schnee. Die Kinder spielen im Schnee. Das Auto ist schnell. Das Auto ist schnell. Ich gehe jeden Tag joggen. Ich gehe jeden Tag joggen. Das Meer ist ruhig. Das Meer ist ruhig. Ich mag es, Bücher zu lesen. Ich mag es, Bücher zu lesen. Der Wald ist grün. Der Wald ist grün. Der Tag war lang. Der Tag war lang. Der Tee ist zu süß. Der Tee ist zu süß. Ich gehe ins Bett früh schlafen. Ich gehe ins Bett früh schlafen. Die Straßen sind leer. Die Straßen sind leer. Der Sommer ist heiß. Der Sommer ist heiß. Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. Ich mache jeden Morgen Yoga. Ich mache jeden Morgen Yoga. Ich habe ein neues Fahrrad gekauft. Ich habe ein neues Fahrrad gekauft. Der Schnee ist weiß. Der Schnee ist weiß. Der Himmel ist voller Sterne. Der Himmel ist voller Sterne. Ich gehe zu Fuß zur Arbeit. Ich gehe zu Fuß zur Arbeit. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Ich habe das Fenster geschlossen. Ich habe das Fenster geschlossen. Ich habe die Pflanzen gegossen. Ich habe die Pflanzen gegossen. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Ich habe ein Bild gemalt. Ich habe ein Bild gemalt. Der Computer ist kaputt. Der Computer ist kaputt. Der Hund bellt laut. Der Hund bellt laut. Ich gehe in den Park spazieren. Ich gehe in den Park spazieren. Ich gehe ins Bett. Ich gehe ins Bett. Ich habe heute viel gelernt. Ich koche das Abendessen. Ich koche das Abendessen. Ich mag dein Lächeln. Ich habe eine neue Tasche gekauft. Ich habe eine neue Tasche gekauft. Es gibt viele Bäume im Park. Es gibt viele Bäume im Park. Der Zug ist pünktlich. Der Zug ist pünktlich. Ich werde bald nach Hause gehen. Ich werde bald nach Hause gehen. Die Katze schläft auf dem Sofa. Die Katze schläft auf dem Sofa. Der Kaffee ist heiß. Der Kaffee ist heiß. Der Kaffee ist heiß. Der Kaffee ist heiß. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe eine Überraschung für dich. Die Blume duftet gut. Die Blume duftet gut. Ich nehme ein Bad. Ich nehme ein Bad. Das Essen ist fertig. Das Essen ist fertig. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe einen Brief. Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? Ich gehe jetzt nach Hause. Haben Sie eine Allergie? Haben Sie eine Allergie? Wie war dein Urlaub? Ich muss zur Arbeit gehen. Ich muss zur Arbeit gehen. Was möchtest du trinken? Was möchtest du trinken? Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Können wir uns morgen treffen? Können wir uns morgen treffen? Wie heißt dieser Film? Was machen wir heute Abend? Was machen wir heute Abend? Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe einen Termin beim Arzt. Wie lange dauert der Film? Ich koche Abendessen für meine Familie. Ich koche Abendessen für meine Familie. Ich gehe ins Bett um 10 Uhr. Ich gehe ins Bett um 10 Uhr. Ich lese ein Buch im Bett. Ich lese ein Buch im Bett. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich trinke ein Glas Orangensaft. Ich gehe zur Bushaltestelle. Ich gehe zur Bushaltestelle. Ich hab dict Indeed. Ich heisse von 68 Es gibt ganz fein, residents. Und zu bedenken, ministriale das ganze Familie. Ich habe auch zwei, zwei Jahre alt. Wir machen uns heute Abend. Ich hoffe, dass Leute aber auch immer gut discarded haben. Sie sind heute Abend. Ich komme wegen研� aus. Das Wetter ist heute gut. Die Blume riecht gut. Das Brot ist frisch. Das Brot ist frisch. Der Tisch ist rund. Die Stadt ist groß. Die Stadt ist groß. Ich lese ein Märchen. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich lerne neue Wörter. Ich sitze auf dem Sofa. Ich sitze auf dem Sofa. Ich lese die Nachrichten. Ich lese die Nachrichten. Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug. Ich kenne die Nachricht. Ich kenne die Nachrichten. Ich kenne die Nachricht. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Ich kaufe Obst und Gemüse. Der Tisch ist aus Holz. Ich schreibe in mein Tagebuch. Ich schreibe in mein Tagebuch. Die Straße ist breit. Die Straße ist leer. Die Bäume sind hoch. Die Blumen duften gut. Die Blumen duften gut. Ich trinke heißen Tee. Das Auto ist schnell. Ich esse Frühstück. Ich esse Frühstück. Ich gehe in den Park. Ich gehe in den Park. Ich arbeite im Büro. Ich arbeite im Büro. Das Bett ist weich. Das Bett ist weich. Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit dem Auto. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Die Katze ist schwarz. Ich sitze auf dem Stuhl. Ich schreibe auf das Papier. Ich schreibe auf das Papier. Der Raum ist leer. Der Raum ist leer. Ich gehe ins Geschäft. Ich gehe ins Geschäft. Ich habe den Brief geschrieben. Ich habe den Brief geschrieben. Der Fluss ist breit. Der Fluss ist breit. Ich habe den Teppich gesaugt. Das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Er arbeitet als Lehrer. Er arbeitet als Lehrer. Das Wetter ist schön. Das Wetter ist schön. Das Haus ist groß. Das Haus ist groß. Ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Schule. Der Hund ist klein. Der Hund ist klein. Ich habe ein Fahrrad. Ich habe ein Fahrrad. Das Wasser ist kalt. Das Wasser ist kalt. Die Blume ist schön. Die Blume ist schön. Die Katze schläft. Die Katze schläft. Ich habe Durst. Ich habe Durst. die Katze schläft. Das Buch ist langweilig. Das Buch ist langweilig. Das Buch ist langweilig. Das Buch ist langweilig. Der Schnee fällt leise. Die Uhr ist stehen geblieben. Die Uhr ist stehen geblieben. Der Kuchen ist fertig. Ich habe den Boden gefegt. Der Baum ist grün. Ich habe den Staubsauger benutzt. Ich habe den Staubsauger benutzt. Der Zug fährt pünktlich ab. Der Zug fährt pünktlich ab. Ich habe das Bett gemacht. Der Tisch ist sauber. Der Tisch ist sauber. Die Uhr zeigt die richtige Zeit. Die Uhr zeigt die richtige Zeit. Ich habe das Fenster aufgemacht, weil es heiß war. Ich habe das Fenster aufgemacht, weil es heiß war. Es ist sauber. Ich habe das Fenster aufgemacht. Ich habe das Fenster aufgemacht. Ich habe das Fenster. Und Sie haben das nicht gesehen. Vielen Dank.